Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder nur eine Ankündigung, denn heute Abend streame ich von 20 Uhr ungefähr bis 23 Uhr das letzte Mal für die nächsten 8 bis 10 Tage. Ich bin nämlich unterwegs und kann leider keine Videos machen, keinen Stream, aber ich kann von unterwegs natürlich in Facebook etc. posten und schreiben. Werd da sicher auch mal das ein oder andere Mal mich so melden. Also ich hoffe ihr seid heute Abend wieder dabei, ich freue mich schon, je mehr desto besser, macht natürlich mit mehr Leuten umso mehr Spaß und sage jetzt schon mal, bis bald liebe Leute, haut rein, ciao.